Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Vortragsreihe Angewandte Mathematik, Mathematik verständlich erklären. Diese Reihe wird im Rahmen der Steirischen Hochschulkonferenz ausgestrahlt und ich freue mich heute einen Gesprächspartner von der Montan Universität Graz begrüßen zu dürfen, Dr. Rostislav Stanek vom Lehrstuhl für Angewandte Mathematik. Herzlich willkommen. Also herzlich willkommen auch meinerseits zu meinem Vortrag, den Sie jetzt sehen werden. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, herzlich willkommen bei meinem Vortrag in der Reihe Angewandte Mathematik, Mathematik verständlich erklären. Mein Name ist Drostislav Stanek und ich werde hier über die Briefzustellung reden. Stellen wir uns ein konkretes Szenario vor. Ich weiß nicht, ob Sie mal bereits in Leoben waren, aber das ist das Stadtzentrum von Leoben und an dieser Stelle befindet sich das Postamt. Die Frage ist nun, wie sollte ich als Briefzusteller oder Sie als Briefzustellerin oder Briefzusteller durch die Stadt gehen, sodass Sie die Briefe möglichst schnell austragen? Sie denken vielleicht, es ist eine ganz einfache Aufgabe. Das stimmt tatsächlich. Also wenn man einfach per Zufall irgendwo hinlaufen wird, dann wird man schon irgendwann durch alle Straße gehen. Man könnte es natürlich auch per Intuition machen. Wir könnten zum Beispiel beim Postamt starten und zuerst sagen, okay, ich werde zuerst die nächste Straße nehmen, dann werde ich nach rechts gehen und so weiter. Ich kann aber auch aus eigener Erfahrung, einmal habe ich im Sommer sozusagen im Studium Geld als Briefzusteller tatsächlich verdient, sagen, dass es nicht so leicht ist. Wie kann man also so etwas mathematisch betrachten und wie kann man zu einer mathematischen oder einer optimalen Lösung kommen? Bei dem sogenannten Briefträgerproblem ist das Ziel, durch alle Straßen mindestens einmal zu gehen und dabei die Gesamtstrecke zu minimieren. Also es ist uns klar, wir können auch manche Straßen mehrmals benutzen, aber wenn wir dort schon die Briefe ausgetragen haben, müssen wir es nicht zum zweiten Mal machen. Auf Englisch heißt das Chinese Postman Problem, das ist nur für Sie, wenn Sie es im Internet zum Beispiel suchen würden. Was sehen wir hier? Wir sehen hier das wunderschöne Königsberg und wir sehen hier die wunderschöne Dominsel mit dem gotischen Dom darauf. Und hier im Vordergrund befindet sich auch eine Brücke. Warum komme ich jetzt mit Königsberg? Einmal, und das war, ich weiß nicht, ob im 18. oder im 19. Jahrhundert, dort gab es folgende Problemstellung. Stellen Sie sich vor, Sie sind im 18. oder im 19. Jahrhundert und es ist ein Sonntag. Was macht man im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert am Sonntag? Man geht in die Kirche, man betet und sonst, die Gesellschaft ist Brüder, das heißt mit einer Freundin oder einem Freund darf man sich alleine nicht treffen. Es gibt keine Fernseher, es gibt keine Smartphones, also alles ist stinklangweilig. Und wenn man sich langweilt, dann kommt man dazu, dass man Probleme erfindet. Probleme, die es eigentlich nicht gibt, aber die dennoch interessant sein könnten. Und das ist genau in Königsberg passiert. Also hier sehen Sie noch den Stadtplan von Königsberg von damals. Sie sehen dort die Dominsel. Sie sehen dort sieben Brücken in grün eingezeichnet. Und die Frage ist, gibt es einen Weg, bei dem man alle sieben Brücken genau einmal überquert? Und wenn ja, ist auch ein Rundweg, bei dem man wieder zum Ausgangspunkt gelangt, möglich. Mit anderen Worten, die Königsbergerinnen und die Königsberger wollten von zu Hause gehen. Sie wollten alle sieben Brücken von Königsberg genau einmal besuchen und sie wollten dann wieder nach Hause kommen. Die Frage war aber, kann man das so machen, so dass man über jede Brücke genau einmal geht? Naja, wie könnte man sowas angehen? Also man könnte zum Beispiel hier unten starten, also wenn man hier zu Hause wäre, dann könnte man hier starten und zu der Dominsel gehen. Dann könnte ich vielleicht hier die Dominsel wieder verlassen, dann könnte ich so gehen, so gehen, so gehen, so gehen und irgendwo bin ich stecken geblieben. Das heißt, Sie haben tatsächlich versucht zu Hause zu zeichnen. Und wenn man sich zum Beispiel dieses konkrete Beispiel anschaut, man hat oben das Stadtzentrum und man fängt unten an, dann sehen wir in diesem konkreten Fall bleiben wir im Stadtzentrum sozusagen stecken. Wenn man es genauer betrachtet, man kommt einmal von der Dominsel ins Stadtzentrum, man verlässt wieder das Stadtzentrum zum zweiten Mal und man kommt wieder ins Stadtzentrum. Das heißt, wir sind zweimal quasi angekommen und einmal haben wir das Stadtzentrum verlassen. Wo ist das Problem? Wir würden eine vierte Brücke benötigen, um das Stadtzentrum jetzt wieder verlassen zu können, ohne eine von diesen drei Brücken noch einmal zu benutzen. Oder aber natürlich, wenn es nur zwei Brücken gäbe, dann wäre es auch kein Problem. Ich könnte einmal zum Stadtzentrum kommen und das Stadtzentrum wieder problemlos verlassen. Generell gesagt, um im Stadtzentrum nicht irgendwann stecken zu bleiben, muss die Anzahl der Brücken, die hinein oder herausführen, gerade sein. Das heißt, ich brauche zwei Brücken, ich benötige vier Brücken oder sechs Brücken, aber bei drei oder fünf Brücken habe ich ein Problem. Und das ist eine generelle Erkenntnis, die auch unseren Lösungsweg des Briefträgerproblems sozusagen jetzt prägen wird. Schauen wir es jetzt ein bisschen formal an. Wir haben hier vier Stadtteile, die durch den Fluss, ich weiß nicht, wie der Fluss heißt, aber jedenfalls durch den Fluss getrennt sind. Wir haben die Dominsel in der Mitte, wir haben drei andere Stadtteile, das Stadtzentrum oben und wir können schematisch sagen, dass die Brücken quasi durch rote Linien gezeichnet werden. Das heißt, wir haben zwei Brücken zwischen dem unteren Teil und der Dominsel und wir haben einfachkeitshalber die einzelnen Stadtteile durchnummeriert. Das heißt, zwischen dem Knoten 1 würde man sagen und dem Knoten 2 gibt es zwei Brücken. Genauso zwischen dem Knoten 2 und Knoten 3. Vom Knoten 4, also von dem Teil hier ganz rechts, gibt es drei Brücken. 1, 2, 3 und 4 sind, wie ich bereits gesagt habe, Knoten und die Verbindungswege sind Kanten. Das ist ein bisschen Formalismus, aber das ist eben so das, wie man es in der Mathematik bezeichnet. Problematisch sind diejenigen Knoten, die eine ungerade Anzahl der Wege dorthin oder heraus haben. Das ist in unserem Fall zum Beispiel der Knoten Nummer 3. Wir sagen auch, dass problematisch diejenigen Knoten sind, die einen ungeraden Knotengrad haben. Fassen wir es jetzt ein bisschen zusammen. Das Problem kann mit Hilfe von Graphen modelliert werden. Ich weiß, dass Sie vielleicht Grafen kennen und Sie wissen, dass man zum Beispiel die quadratische Funktion zeichnen kann. In unserem Sinn sind Graphen so etwas, was Sie gesehen haben, das heißt Knoten und die knotenverbindende Kanten. Die Kreuzungen sind in unserem Fall Knoten und die Straßen dazwischen die Kanten. Straßen in dem Fall von Königsbergbrücken. Problematisch sind Knoten mit einer ungeraden Anzahl von Kanten, die hinein oder herausführen, mit anderen Worten oder wir könnten es uns auch in der Stadt vorstellen, Kreuzungen mit einer ungeraden Anzahl von angrenzenden Straßen. Wir sagen auch, dass solche Knoten einen ungeraden Knotengrad haben. Wie kann man so etwas lösen? Ich meine, wir haben bereits gesehen, dass wir in Königsberg stecken geblieben sind. So wollen wir es natürlich nicht. Wenn man an einem Problemknoten stecken bleibt, weil alle Wege dorthin heraus bereits benutzt wurden, muss man einen Weg in Königsberg eine Brücke noch einmal benutzen. Und natürlich am günstigsten wäre es, gleich zu einem nächsten Problemknoten zu gehen, um dort später nicht stecken zu bleiben. Mit anderen Worten, wir verschwinden in einem Knoten, gehen durch Wege, die wir bereits benutzt haben oder vielleicht später benutzen werden, wo wir auftauchen. Und dadurch haben wir quasi gleich zwei Knoten mit einem ungeraden Knotengrad entschärft. In dem einem sind wir weggekommen und in dem anderen sind wir aufgetaucht. Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn es für Sie jetzt so komplex ist. Wir werden noch ein Beispiel bzw. zwei Beispiele machen. Alle Straßen müssen mindestens einmal besucht. Das heißt, klar sollte es Ihnen sein, dass ich zumindest die Strecke, die der Summe aller Straßenlängen entspricht, zurücklegen muss. Es reicht also, die Gesamtlänge aller Zusatzstraßen zu minimieren. Das heißt, die Gesamtlänge aller Verbindungen zwischen den Knoten mit einem ungeraden Knotengrad, die ich nur benutze, ohne dort die Briefe auszutragen, weil ich das schon gemacht habe oder erst machen werde. Man muss also, und das ist die zentrale Aussage, die Knoten mit einem ungeraden Knotengrad so verpaaren, dass die Summe aller Zusatzverbindungen möglichst klein ist. Schauen wir es uns jetzt praktisch an. Zurück zu unserem Beispiel von Königsberg. Wir haben hier vier Knoten und wir haben hier sieben Verbindungen, also in unserem Fall Brücken. Den Stadtplan brauchen wir nicht mehr. Wir haben das Problem bereits formalisiert. Das heißt, wir können uns auf unseren Graphen beschränken. Jetzt brauchen wir natürlich auch die Straßenlängen. Also Sie sehen hier noch, dass man hier die Knotengrade hat und jetzt sehen wir die Straßenlängen. Das heißt, wir haben hier Knoten, die alle einen ungeraden Knotengrad haben. Also Sie sehen in blau, dass der unterste Knoten einen Knotengrad von 3 hat, der mittlere, also die Dominsel, in unserem Fall den Knotengrad 5 und so weiter. Und ich habe hier ein paar Straßenlängen jetzt ad hoc ergänzt. Also ich habe nicht in Königsberg nachgemessen. Wir können sagen, die erste Brücke ist, ich weiß nicht, 100 Meter lang, die andere 200, die andere 300 oder was auch immer. Das heißt, das sind imaginäre Straßenlängen. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen die Knoten mit einem ungeraden Knotengrad verpaaren. Wir haben hier vier Knoten. Alle haben einen ungeraden Knotengrad. Das heißt, wir suchen zwei Paare. Wie kann man es machen? Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Sie sehen hier, wenn wir verpaaren den Knoten Nummer 3 mit dem Knoten Nummer 4 und den Knoten 2 mit dem Knoten Nummer 1, dann haben wir eine zusätzliche Distanz von 3. Warum verpaaren wir es nicht anders? Naja, wenn wir zum Beispiel verpaaren würden, den Knoten Nummer 1 mit dem Knoten Nummer 4, dann ist schon eine Zusatzlänge von 3 drinnen und dann müssen wir die Knoten 3 und 2 verpaaren. Das heißt, die zusätzliche Distanz wäre 4. Den Knoten Nummer 4 mit dem Knoten Nummer 2 kann ich nicht verpaaren, weil ich dann die restlichen Knoten nicht verpaaren könnte. Das heißt, in diesem Fall gibt es nur zwei Möglichkeiten und diese ist die bessere. Jetzt fragen Sie sich, wie kann so ein Weg ausschauen? Naja, ich kann starten im Knoten Nummer 1, dann zum Knoten Nummer 2 gehen, zum Knoten Nummer 3, zum Knoten Nummer 4, 1, 2, 3 und so weiter und vom Knoten Nummer 3 benitze ich dann die Brücke 3, 4 noch einmal. Das sehen Sie hier auch strichliert. Vielleicht, damit man das ein bisschen bildlich sieht und zwar in Königsberg und nicht nur in einem Grafen. Wir haben hier das ursprüngliche Problem und unsere Lösung sieht folgendermaßen aus. Wir starten unten, wir gehen zu der Dominsel, dann gehen wir oben durch, dann unten und so weiter und Sie sehen, genau zwei Brücken haben wir zweimal benutzt. Und zwar die Brücke zwischen dem unteren Teil und der Dominsel und die Brücke zwischen dem rechten Teil und dem Stadtzentrum. Genauso wie wir das in unserem Grafen gemacht haben. Die Antwort auf unsere Frage heißt also, nein, mindestens zwei Brücken müssen zweimal benutzt werden. Diese Erkenntnis hat bereits Leonhard Euler gefunden, also wenn Sie nach historischen Quellen suchen, können Sie sich das Königsberger Brückenproblem anschauen oder nach Leonhard Euler suchen. Zurück zu unserem Anfangsbeispiel. Wir befinden uns jetzt nicht in Russland, also in Königsberg, sondern wir befinden uns in der Steiermark in Leoben. Und wie ich Ihnen gesagt habe, das Ziel wäre es, durch das Zentrum zu laufen und die Briefe möglichst effizient auszutragen. Damit es für uns einfacher ist, werden wir uns nur auf diesen Ausschnitt beschränken und wir möchten durch jede Kante, sprich jede Straße genau einmal laufen. Hier die Knoten. Jetzt ist die Frage, sind die Knoten richtig eingezeichnet? Naja, man braucht möglicherweise nicht alle. Warum? Weil zum Beispiel in den Ecken hier oben sehen Sie, oder eigentlich auch links oben sehen Sie, dass in den Ecken keine Kreuzung in unserem Sinne ist. Es ist dort eine Kreuzung, aber wir haben dort keine Wahl, anderswo hinzugehen, weil wir uns eben nur auf diesen Teil beschränken. Das heißt, diese Knoten reichen uns. Jetzt brauchen wir die Längen. Die Längen habe ich tatsächlich im Internet nachgeschaut. Das heißt, die sollten entsprechen in diesem Fall. Und zwar, sie sind in Meter. Das heißt, hier unten links habe ich 220 Meter, unten dann 80 Meter und so weiter. Ich kann es natürlich auch vereinfachen, weil ich dort eben keine Ausweichmöglichkeit habe und die Kanten ganz gerade zeichnen. Und jetzt brauchen wir natürlich auch den Stadtplan von Leoben nicht, weil wir es bereits formalisiert haben. Um jetzt eine Lösung zu finden, werden wir die Knotennummern einführen. Und jetzt werden wir nach Knoten mit einem ungeraden Knotengrad suchen. Und das würde ich Ihnen gerne jetzt auf einem Flipchart zeigen. Wir sehen hier, wir haben hier jetzt den Graphen gezeichnet. Und ich werde jetzt mit Hilfe vom Flipchart Ihnen zeigen, wie man das Problem lösen kann. Also wir haben hier Knoten 1 bis 7. Wir haben hier die Kanten. Wir haben hier die Distanzen. Und wir müssen jetzt herausfinden, welche Knoten die problematischen sind. Der Knoten Nummer 5 hat drei Straßen, die herausführen. Das heißt, der Knotengrad ist 3 und der Knoten ist problematisch. Genauso ist das im Knoten Nummer 4. Wir haben hier die Straßen. 1, 2, 3, die herausführen. Das heißt, der Knotengrad ist ebenfalls 3 und das ist ein problematischer Knoten für uns. Anders ist es beim Knoten Nummer 7. Wenn wir hier genau nachzählen, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Straßen. Das heißt, dieser Knoten ist ganz in Ordnung. In diesem Knoten haben wir auch dann sichergestellt, oder wir können uns sicher sein, dass immer, wenn wir sozusagen reinkommen, dann können wir herauskommen. Das heißt, wir können zweimal reinkommen und zweimal herauskommen. Die weiteren problematischen Knoten sind Knoten Nummer 3, Knoten Nummer 2 beide mit einem Knotengrad 3 und ebenfalls Knoten Nummer 6 und Knoten Nummer 1 ebenfalls mit einem Knotengrad 3. Das heißt, alle Knoten bis auf den einen in der Mitte sind problematisch. Wir haben hier 6 Knoten mit einem ungeraden Knotengrad und einen Knoten mit einem geraden Knotengrad. Das heißt, wir müssen nur 3 Paare bilden von diesem Knoten hier. Wenn man es nur betrachtet, naja, welche Möglichkeiten von Verpaarungen haben wir? Also den Knoten Nummer 5 könnten wir vielleicht mit dem Knoten Nummer 1 verpaaren oder mit dem Knoten Nummer 4 verpaaren. Wenn wir ihn mit dem Knoten Nummer 1 verpaaren, dann haben wir hier die Zusatzkosten von 520. Und dann sind wir eigentlich gezwungen, diese zwei zu verpaaren und diese zwei zu verpaaren. Das heißt, wir kommen auf Zusatzkosten oder Zusatzdistanz. Das wird manchmal in diesem Fall synonym verwendet, weil die Zeit ist Geld, wie man manchmal sagt. Das heißt, unsere Zusatzkosten wären 520 plus 120 plus 220. Das ist weit über 700. Die andere Möglichkeit, dass man den Knoten Nummer 5 mit dem Knoten Nummer 4 verpaart, dann würde ich die Verpaarung hier machen. Diese Verpaarung passt mir nicht. Das heißt, ich kann dann wieder so verpaaren, so verpaaren. Das heißt, dann werden die Zusatzkosten 230 plus 80 plus 90. Das heißt, Zusatzkosten von 400. Und das ist natürlich viel besser als 700. Das heißt, das ist unsere Verpaarung, die wir machen. Diese Straße werden wir zweimal gehen. Genauso werden wir diese Straße zweimal gehen. Und genauso werden wir diese Straße zweimal gehen. Mit anderen Worten, unsere Paare sind die Knoten Nummer 5. Oder sagen wir so, ich werde es in Rot machen. Also hier sind die Knoten Nummer 5 mit 4, die zusatzverpaart sind. Dann sind das Knoten 1 mit 6. Und dann sind das Knoten 2 mit 3. Und Sie fragen sich jetzt sicher, wie können wir den optimalen Weg, oder ich würde sagen einen optimalen Weg, es gibt nämlich viele, finden. Naja, im Prinzip kann man eigentlich per Zufall laufen, weil man in jedem Knoten sicher sein kann, dass wenn man reinkommt, dass man wieder herauskommt. Wenn man das ganz generell betrachtet, müsste man noch ein paar Sachen beachten, aber wir vereinfachen es und werden einfach per Zufall laufen und wir werden sehen, dass wir nirgendwo stecken bleiben. Das heißt, wir starten im Knoten Nummer 1, wo unser Postamt ist, und gehen zum Knoten Nummer Nummer 6 per Zufall. Dann gehen wir zum Knoten Nummer 2, zum Knoten Nummer 3 und in jedem Knoten wähle ich per Zufall, wohin ich gehe. Vom Knoten Nummer 3 können wir zum Beispiel zum Knoten Nummer 4 gehen, dann könnten wir zum Knoten Nummer 5 gehen und zum Beispiel gleich zurück gehen. Also es hindert uns nichts daran, die Strasse nochmals zurück zu gehen, ohne Briefe auszutragen. Das heißt, man kommt nochmals zum Knoten Nummer 4. Vom Knoten Nummer 4 haben wir jetzt nur eine einzige Möglichkeit und zwar nach links zum Knoten Nummer 7. Weil diese Strasse bereits benutzt worden ist, diese ebenfalls und diese ebenfalls. vom Knoten Nummer 7 könnten wir zum Beispiel laufen zum Knoten Nummer 3. Vom Knoten Nummer 3 könnten wir die Strasse zum Knoten Nummer 2 benutzen. Die benutzen wir ebenfalls zum zweiten Mal. Jetzt könnten wir zu unserem Ausgangspunkt laufen und vom Ausgangspunkt können wir entweder nach oben oder nach rechts gehen. Gehen wir zum Beispiel nach oben zum Knoten Nummer 5. Vom Knoten Nummer 5 ist die einzige Möglichkeit nach unten zu gehen. zum Knoten Nummer 7. Vom Knoten Nummer 7 nach links. Das heißt zum Knoten Nummer 6. Und schliesslich benutzen wir noch diesen Zusatzweg zu unserem Ostamt. Sie sehen hier, in unserem Weg benützten wir jede Strasse genau einmal und diejenigen Straßen, die hier noch einen zusätzlichen strichlierten Weg haben, genau zweimal. Das heißt auch, dass die Gesamtdistanz, die wir als Briefträger oder Briefträgerin zurücklegen müssen, ist die Summe aller Straßenlängen plus die Zusatzkosten von 400. Also das Leoben Beispiel haben wir gerade gelöst und ich habe Ihnen bereits gesagt oder angedeutet, dass man ein paar Sachen aufpassen muss. Also was das konkret in dem Leoben Beispiel wäre, natürlich es kann uns nicht passieren, dass wir sozusagen irgendwo stecken bleiben, aber es hätte uns passieren können, dass wir schon beim Postamt zurück sind und dass wir alle Straßen vom Postamt heraus genutzt haben, dass ein Teil der Stadt sozusagen ohne Briefe geblieben ist. Das heißt, man müsste schon etwas aufpassen, aber im Prinzip droht es uns nicht, dass wir irgendwo stecken bleiben. Es gibt auch ein paar andere Sachen, die wir in der Praxis beachten müssen, aber die ich hier nicht im Detail angehen will. Schauen Sie sich dieses Beispiel an. Wir haben hier vier Knoten mit einem ungeraden Knotengrad. Das sind diejenigen, die in Rot markiert sind. Und natürlich könnten wir uns denken, naja, wir müssen eigentlich die oberen zwei durch einen Zusatzweg verbinden und die unteren zwei, das würde nicht gehen. Das heißt eigentlich die linken zwei und die rechten zwei. In diesem Fall muss ich Sie enttäuschen oder erfreuen, je nachdem. Nein, ich kann es so machen, wie ich es vorgeschlagen habe. Ich kann auch die unteren zwei verbinden mit einem Zusatzweg, der über andere Knoten oder durch andere Knoten führt. Warum? Naja, wenn wir es betrachten, hätten wir die linken zwei Knoten verbunden und die rechten zwei Knoten verbunden, dann hätten wir Zusatzkosten von sieben. Wenn wir es aber so machen, haben wir Zusatzkosten nur von sechs. Das heißt, die Verbindungswege können auch länger sein. Eine zweite Frage, die Sie sich vielleicht stellen können. Naja, jetzt habe ich vier Knoten, die ich leicht verparen kann. Bei sechs Knoten geht es vielleicht auch. Aber was machen wir, wenn wir zum Beispiel in Graz die Briefe austragen möchten und wir haben hunderte oder tausende Knoten? Naja, ich kann Sie beruhigen. Es gibt effiziente Algorithmen, um so eine Verpaarung zu finden. Das kann leicht gelöst werden. Allerdings wäre das ein anderes Problem und es würde auch den Rahmen dieses kleinen kurzen Vortrags übersteigen. Wenn Sie Interesse haben, sich mehr in diese Richtung sozusagen zu bewegen oder mehr zu lesen, dann können Sie gerne das Briefträgerproblem im Internet nachschauen. Also es gibt auch in YouTube einige Videos, wo es im Detail erklärt ist. Oder aber Sie können auch natürlich in Richtung Operations Research oder Mathematik studieren, wo Sie viel über solche Probleme erfahren. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Dr. Stanek, vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Einblick in die Welt des Briefzustellens beziehungsweise der Optimierung der Briefzustellung. Und ich würde gerne mit einer Runde von Fragen starten. Die erste Frage, die mich interessieren würde, ist folgende. Was passiert eigentlich, wenn eine ungerade Anzahl von Knoten verpaart werden muss? Naja, das ist eine gute Frage und das ist auch eine logische Frage. Allerdings, wenn Sie ein Beispiel mir zeichnen könnten, in dem so etwas passiert, dann würden Sie wahrscheinlich einen Nobelpreis bekommen. Wenn ich das ein bisschen übertreibe, so einen Graphen kann man nicht finden und man kann so einen Fall auch in der Praxis nicht finden. Man kann sich mit anderen Worten darauf verlassen, dass die Anzahl solcher Knoten gerade ist. Ja, vielen Dank. Gibt es eigentlich außer der Briefzustellung, die wir heute sehr anschaulich erklärt bekommen haben, auch andere Anwendungsfelder für diese Lösung, für dieses Optimierungsproblem? Naja, also die Briefzustellung ist natürlich eine gewissermaßen klassische Anwendung. Aber man kann sich vorstellen, bei allen Problemen, bei denen man die Straßen besuchen muss, kann man diese Problemstellung anwenden. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen im Winter, wenn wir, und der Winter wird bald kommen, wenn wir durch alle Straßen fahren wollen und wir wollen zum Beispiel überall Salz streuen, dann wäre dieselbe Aufgabe eigentlich gegeben. Wie kann ich am kürzesten durch alle Straßen fahren und alle Straßen sozusagen bestreuen? Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich die Straßen auch im Sommer mit Wasser abwischen will oder aber wenn ich alle Straßen aus einem anderen Grund besuchen muss. Aber ich glaube, mit Salz streuen ist das vielleicht das beste Beispiel. Ja, mittlerweile sind auch im Chat schon zumindest eine Frage eingetroffen. Ich darf Sie, liebe Zuseherinnen, auch ermuntern, gerne weitere Fragen zu stellen. Ich darf kurz vorlesen. Die Frage lautet, löst die Post das Problem der Briefzustellung auch mit solchen Methoden? Also ob die österreichische Post die Briefzustellung so löst, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich am Anfang aber einen Punkt erwähnen beziehungsweise deutlich machen. Wenn wir in einer kleinen Stadt sind, zum Beispiel in, na wobei ich glaube Leoben ist zu groß, aber wenn wir in einer ganz kleinen steirischen Stadt wären, ich habe jetzt nicht die richtige Vorstellung, zum Beispiel in Fronleiten, das wäre nur so ein Beispiel. Vielleicht kann ich tatsächlich als ein einziger Briefzusteller oder eine einzige Briefzustellerin auf einmal alle Straßen durchgehen. In der Praxis aber funktioniert es so, dass man zwei Probleme gleichzeitig lösen muss. Man muss einerseits entscheiden, welche Straßen von welcher Briefzustellerin oder von welchem Briefzusteller begangen werden sollen und zweitens wie. Und diese zwei Fragen kann man nicht ganz trennen, denn natürlich die kürzeste Route, die hängt davon ab, welchen Bereich ich abgehen soll und umgekehrt welchen Bereich ich abgehen soll. Das hängt davon ab, wie gut die Route sein könnte, die ich dort machen kann. Das heißt, in der Praxis könnte man das Problem nicht ganz direkt anwenden. Aber auch außerhalb der engen Definition des Briefträgerproblems weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die österreichische Post so einen Algorithmus anwendet. Ich könnte es mir vorstellen, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Okay, vielen Dank. Ja, mich würde interessieren, kann man eigentlich das Thema, die Art der Zustellung, bin ich zu Fuß unterwegs, bin ich mit dem Rad unterwegs, bin ich mit dem Auto unterwegs, als Zusatzinformation liefern und das Problem sozusagen dann noch einmal klarer darstellen beziehungsweise die Optimierung anders vornehmen? Naja, also es ist eine Sache vielleicht, auf die ich aufmerksam machen sollte. Und das mache ich kurz auf dem Flipchart. Also wenn wir die Straßen haben und wir haben unsere Knoten und wir haben unsere Straßen, dann haben wir immer von Distanzen geredet. Und wenn ich die Distanz habe, die Distanz vielleicht 300 Meter, dann waren das Meter. Ich habe in dem Vortrag bereits erwähnt, dass man auch Kosten sagen kann. Warum? Ich kann genauso reden von einer Zeit. Das heißt, ich könnte sagen, naja, um in dieser Straße die Briefe auszutragen, benötige ich, keine Ahnung, zwei Minuten. Hier brauche ich vielleicht 2,5 Minuten. Aber je nachdem, wie viele Adressen oder wie viele Adressen dort sind. Wenn man berücksichtigen möchte, dass man unterschiedliche Verkehrsmittel hätte, dann müsste man eigentlich mit unterschiedlichen Bewertungen der einzelnen Kanten arbeiten. Also ich kann entweder berücksichtigen, ich benutze nur Fahrräder oder ich kann berücksichtigen, ich benutze nur Autos. Wenn man es kombinieren möchte, kann ich mir vorstellen, dass man das auch machen kann. Aber dann müsste ich mit mehreren Bewertungen quasi innerhalb eines Graphens arbeiten. Aber es wäre durchaus modellierbar. Nur ich bezweifle, dass man es dann so leicht lösen kann. Also mit einem leichten Ansatz ist wahrscheinlich, müsste man dann komplexere Ansätze anwenden. Ja, inzwischen sind im Chat auch weitere Fragen aufgetaucht. Eine lautet beispielsweise, gibt es eine Erweiterung des Problems mit mehreren Fahrern, oder mehreren Zustellerinnen oder Zustellern? Das ist das, was ich gleich am Anfang erwähnt habe. Also wenn man eine größere Stadt hat, sucht man nicht nur eine Route. Aber auch hier gibt es mehrere Abwandlungen. Also man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel zehn Zustellerinnen und Zusteller von dem Postamt weggehen und sozusagen jede oder jede von ihnen eine eigene Route hat. Aber man könnte sich auch vorstellen, und so habe ich es erlebt. Also ich habe tatsächlich einmal im Sommer bei der, nicht der österreichischen, aber bei der tschechischen Post gearbeitet, dass man losgeht. Aber dann gibt es etwas noch wie Lieferdienste, die sozusagen mit Autos fahren und die irgendwo noch weitere Briefe lassen, die dort im Sack waren und wo man nachfüllen konnte. Das heißt, man könnte auch das Problem so definieren, dass man kooperiert und man hat einerseits die Zustellerinnen und Zusteller, die zu Fuß gehen und andererseits hat man eine weitere Gruppe, die sozusagen mit den Autos unterwegs ist und die es ermöglicht, dass man innerhalb der Route mehr schafft, als man eigentlich tragen könnte. Ja, ich sehe, dass noch eine Frage im Chat hereingekommen ist, die eher persönlich ist, an den Herrn Dr. Stanek gerichtet. Die Frage lautet, wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie sich für Optimierung interessieren? Naja, also dafür gibt es eigentlich mehrere Gründe. Also einerseits, ich war in der Mathematik nie besonders gut, wenn man etwas genau zeichnen müsste, also zum Beispiel die Geometrie und so weiter. Aber hier kann man einerseits Sachen sehr bildlich sehen, andererseits aber muss man sich nicht ganz genau zeichnen bei diesen Graphen. Und ich glaube, dieses Sehen von den Sachen, also wenn man sich die Straßen vorstellen will, das kann man ganz bildlich angehen, ist etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Die zweite Sache ist vielleicht, also bereits früher, als ich ein Jugendlicher war, habe ich oft versucht, Sachen selbst zu optimieren, also zum Beispiel meinen Zeitplan oder auch, wie ich meine Wohnung einrichte, wo einzelne Möbelstücke stehen werden. Ich habe sie ausgeschnitten aus Papier und dann einen Plan der Wohnung angefertigt und versucht, wie es sein könnte. Und ja, irgendwie hat er sich von selbst entwickelt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war heute das Thema Briefzustellung. Braucht man dafür wirklich Mathematik? Ich darf mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse und darf mich auch bei Herrn Dr. Stanek für den sehr guten Vortrag und die guten Erklärungen und Antworten herzlich bedanken und Ihnen alles Gute wünschen und das Schlusswort an Dr. Stanek übergeben. Also, ich möchte mich auch für die hervorragende Moderation bedanken und dann natürlich auch bei dem Publikum. Also, es war eine Freude für mich, dass ich so etwas vortragen durfte und wenn Sie noch Fragen zu dem Vortrag haben sollten, können Sie mir gerne ein E-Mail schreiben und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt einen schönen Abend. oo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020